Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Blast Off auf dem Kanal Safter Gaming. Ich habe das Spiel nochmal neu gestartet und jetzt scheint auch wieder alles zu funktionieren. Den Bug, den ich beim letzten Mal hatte, dass ich mich kaum bewegen konnte, der ist behoben und genau, ich kann es hier auf jeden Fall fleißig, munter, fröhlich weiter in meine Erde platzieren. Und ich brauche hier, wie gesagt, immer so Platz 3x3 und ich wollte dann quasi so eine quadratische Fläche bauen, wo ich dann das ganze Zeug anbauen kann, sozusagen, was ich benötige. Das Gras ist ja gerade fast komplett weggegangen, dadurch, dass ich hier, wie gesagt, diese Blume angebaut habe und deswegen werde ich jetzt hier noch ein paar mehr Flächen zubauen, sozusagen, mit Erde füllen, die wir dann hier verwenden können. So, ich würde sagen, ich hebe nochmal kurz nach hinten das Ganze hier aus. Wie gesagt, nochmal vielleicht für die Leute, die beim letzten Mal nicht dabei waren. Man hat hier diese Pure Daisy, da kann ich kreisrund dann zum Beispiel Cobblestone drum platzieren oder eben auch Holz und das Ganze wird dann in sogenanntes, ja, also sogenannten Livingstone oder Living Wood umgewandelt. Also, das ist ein Material, was wir auf jeden Fall brauchen. Ich weiß noch nicht genau wofür, wir haben da auf jeden Fall schon mal einen Zauberstab draus gecraftet, das dafür auf jeden Fall, aber genau, was wir dann weiter damit machen, werden wir noch rausfinden zusammen. Wie gesagt, ich habe es jetzt erstmal gecraftet, diesen Zauberstab, der liegt da hinten in der Truhe. Was beim letzten Mal nicht geklappt hat, hier, ich wollte so eine Daybloom mit diesem Petal Apothecary, also diesen Bottich, den ich da unten habe, craften, hat aber nicht funktioniert. Aus welchen Gründen auch immer, ich habe es noch nicht rausgefunden. Und das wollte ich jetzt in dieser Folge mit euch probieren, indem ich das Ganze einfach mal, ja, tagsüber sozusagen, wir wollen ja Dayblooms haben, tagsüber oben platziere, also an der Oberfläche. So, und jetzt mal gerade schauen, haben wir noch eine Fackel da, ich muss das hier unten auf jeden Fall beleuchten, bevor ihr irgendetwas spawnt, was hier nicht hin soll. So, Lichtquelle haben wir. Und bevor wir jetzt rausgehen mit diesem Zeug, werde ich hier nochmal ein bisschen mein Inventar aufräumen. Ich werde nochmal den ganzen Clay hier reinpacken. Das hier kommt da rein, diese Essence-Busches, die wollte ich nochmal umsetzen, deswegen habe ich die jetzt gerade dabei. Die Meteor-Chips, die kommen da rein, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, den Apfel können wir direkt mal essen. Oder? Ne. Hängt ja auch schon wieder oben raus. Aber essen könnten wir auf jeden Fall mal, aber mal gucken, was ist denn jetzt gerade gut? Vielleicht eine gebackene Kartoffel? Ne, die hat er auch schon oben, oder haben wir auch schon drüber. Das will er auch nicht mehr so richtig. Wie sieht es mit Melonen aus? Oha, noch schlechter. Möhren? Möhren ist auch nicht so wirklich das Wahre. Ja, das Hähnchen möchte ich ungern anfassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gucke nochmal mit dem Akawai-Mod, was da noch alles ging. Da war ja noch einiges möglich, unter anderem mit den Äpfeln. Den Slimy Apple zum Beispiel, wobei Magma-Cream werde ich dafür jetzt nicht verschwenden. Wir können auf jeden Fall den, hier den Magma-Cream, den können wir auf jeden Fall auf so einen Stock setzen und können wir das dann irgendwie essen. Das geht. Das können wir mal kurz ausprobieren, finde ich ganz witzig, die Idee. Okay, gucken wir, ob so ein normaler Stick auch geht. Müsst ihr ja eigentlich. Ja, geil. Slimer on a Stick. So, den kann ich jetzt essen und, na, das ist natürlich jetzt echt nicht so geil. Oh man, das ist natürlich echt geil. So, ich probiere den jetzt einfach mal. Mh, lecker. Oh, geil. Ja, und ich habe einen Health Boost. Wie geil ist das denn? Ja, cool. Scheint mich auch noch zu buffen oder so. Und noch so ein Möhrchen. So. Gut. Ich gucke gerade mal, was können wir eigentlich mit Carrots noch so machen? Da können wir ein Adventure Backpack in Karottenmuster bauen. Warum auch immer. Wofür das gut sein soll. Und was ist das? Ein Life Core. Oha. Das sieht aber auch irgendwie, das sieht irgendwie teuer aus. Ja, und mit diesem Mana Infusion, da können wir dann irgendwie so verschiedene Sachen da rausziehen. Ähm. Wir können das Ganze vergolden. Warum auch nicht, ne? Wir vergoldeten Karotten. Karotten. Geht natürlich auch mit diesen Nuggets. Ähm. So für einen Notfall. Gut. Damit hätten wir das jetzt auch geklärt. Ähm. Nochmal rausgucken. Wir haben jetzt gerade natürlich Nacht. Ich schlafe mal ne Runde. So. Gute Nacht. Gucke ich es gerade. Hä? Ich liege irgendwie komisch. Ich habe irgendwie mit dem Bein durch diesen Bottich gelegen. Gut, es gibt Leute, die schlafen in den komischsten Positionen. Ähm. So. Wir packen das Ganze jetzt einmal hier oben hin und, ähm, freuen uns. Nein, das tun wir natürlich nicht. Wir bleiben professionell und schmeißen jetzt erstmal das hier rein und das hier da rein. und, äh, jetzt gucke ich nochmal gerade, wie das mit dem Rezept war. Was kommt denn jetzt, ähm, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es, da ist es, hier. Diese Daybloom, die wollten wir haben. Ähm. Da auch nochmal hier kurz gucken. Im Lexikon. Daybloom. Schwupp, 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 schwupp. Da. So zweimal gelb, dann einmal orange und dann einmal, äh, ja, das hier. Gut. Zack und zack. So. Und jetzt will ich ganz schnell hier die Daybloom raushaben. Wieso kommt die da nicht raus? Äh, man. So, hier nochmal schauen. Daybloom, Daybloom, Daybloom. Buh. Ich habe hier, wie gesagt, meinen Zauberstab. Und was habe ich noch? Ich habe verschiedene Seeds, die ich, äh, da vielleicht noch reinschmeißen könnte. Aber, wie habe ich denn diese andere Blume bekommen? Das war ja, da habe ich ja noch irgendwie so was, so ein Ding draufgeschmissen hier. So. Und zwar war das die, äh, White oder wie hieß die? Was mit White oder? Pure Daisy, genau. So. Die habe ich, wie gesagt, hier so bekommen. Und, ja, da habe ich, äh, da musste ich ja auch so Sachen noch dazu schmeißen, damit die wächst. Warum geht das jetzt bei der nicht? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wenn ich hier Q drücke, passiert halt nichts. Äh, äh, kann ich ganz viel machen. Es passiert einfach nichts. Ah, vielleicht muss ich ja auch was anderes reinschmeißen. Ich habe bloß keine Ahnung was. Vielleicht kriege ich in diesem Lexikon noch ein paar, äh, Antworten. Das wäre natürlich schon, äh, schön. So, den Runic Altar, den kann ich halt jetzt nicht bauen. Dadurch, dass ich, äh, Ja, hier so Living Rock. Ach doch, Living Rock habe ich doch. Das kriege ich doch. Und, äh, Mana Pearl, Mana Diamond. Ähm, die kriege ich jetzt halt noch nicht. Leider, aber egal. Ich habe jetzt auf jeden Fall den Band of the Forest. Und, äh, ja, keine Ahnung, was ich jetzt damit mache. So, Living Wood, Living Rock habe ich jetzt bekommen. Und, äh, alles schön. Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, wie ich den Rest hier bekommen soll. So, Runic Altar, okay. Na, aber das hier, das kriege ich ja nur über diesen Mana Pool. Wie kriege ich so einen, äh, Mana Pool? Auch aus Living Rock. Ich versuche den jetzt einfach mal selber zu craften. So, Living Rock, Living Rock, ähm, Stand auch drin. Dafür brauche ich diesen klaren Stein. So, davon haben wir aber eine ganze Menge abgebaut, meine ich. Wo habe ich das hingetan? Hier. Mehr als genug. So, elf Stück. So viel brauchen wir gar nicht. Wir brauchen nur acht. Gut, acht Stück insgesamt. Die muss ich jetzt brennen. So, hier habe ich noch ein bisschen Augwood. Ich überlege gerade. Ich glaube, wir können nochmal einen Stapel reinschmeißen unten. So, und jetzt warten, bis das ganze Zeug verbrannt ist. Währenddessen, ähm, nochmal rausgehen, diese Essenzbusches nochmal platzieren und die Lücken schließen. Das ist auch eigentlich eine ganz gute Aufgabe, die wir jetzt mal eben kurz machen können, während wir darauf warten, dass der ganze Kram hier fertig wird. So, lalala, einmal rausgehen. Einmal den ganzen Kram hier auffüllen. So. So, dann haben wir diesen Platz hier jetzt auch mal ein bisschen besser genutzt. Oder zumindest ein bisschen schöner genutzt. Wir könnten sonst gleich auch nochmal ein bisschen, äh, mit der Schere hier rumrandalieren. Jetzt müssen wir gerade gucken. Äh. Ich crafte ich die nochmal. Das war einfach zwei Eisenblöcke. Die müssten wir eigentlich auch noch haben. Aluminium, Titan, Eisen. Vielleicht geht das auch mit Ironplates. Ich guck mal. Ne, leider nicht. Schade. Okay. Dann müssen wir es leider so machen. Die Ironplates kommen wieder da hoch. Und, äh, wie weit ist er hier? Sieben ist gleich fertig. Äh, dann gehe ich jetzt nochmal kurz hier so ein bisschen Biomaterial sammeln, bis die Schere kaputt ist. Lalala. Einmal hier so richtig durchschnetzeln, durchschneidern. So. Mittagessen fallen wieder Meteoriten auf die Erde. Alles, alles bei der alten gewohnten, äh, Chaos-Situation hier auf der Erde. So. Gut. Schere kaputt. Ende gut. Alles gut. Ich werde jetzt auch nochmal kurz die Bäume hier umhauen. Und nochmal neu pflanzen. Äh, komm schon. Nein. Mist. Man darf nicht absetzen. Das ist der Fehler. So. Da, 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 da. Äh, wie viele haben wir denn? Seeds kommen gerade gar nicht raus. Warum auch immer. Hallo? Doch. Ach, da. Ich habe sie bloß, ich habe sie bloß die ganze Zeit übersehen. So. Dann kommen natürlich eins, zwei, drei, vier. Die werden hier schon mal angepflanzt und, äh, genau. Du wirst schon mal kompostiert. Nach und nach füllen wir das Loch hier aus, so. Da wird es auch mal voll gemacht. Und die ganzen Steine, die ich eingebrannt habe, die nehme ich jetzt alle mit. So. Schwupp. Und die Steine, die brauchen jetzt ja auch nur so einen kurzen Moment. Und das Gras hier, das breitet sich prima aus. Ähm, so. Wir werden jetzt offenbar erstmal diese Steine hier züchten. Diesen Dirtblock, den packe ich hier schon mal rüber. Und hier hinten, die ganzen Barrels, die mache ich auch nochmal voll. Dies mache ich, wopala, dies mache ich voll, dies mache ich weg. Dies mache ich auch nochmal kurz voll. So, und unten mal gucken. Ich habe hier unten, glaube ich, alles mit Wasser gefüllt, wenn ich das richtig sehe. Ja. Wisst ihr was? Dann, äh, machen wir hier nochmal die Dampfmaschine, pala, die Dampfmaschine nochmal ein bisschen an. Das Ventil mache ich dicht, so, dass hier, äh, kein Mist entsteht. Ähm, ich habe wieder Salzwasser, glaube ich, gerade getrunken. Ja, das war nicht gut. So. Die Eimer wieder eins und zwei und schwupp und schwupp. Und noch ein letztes Mal schwupp und schwuppidi schwupp. Ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal ganz dringend trinken. Gegen die Dehydrierung durch das Salzwasser, was ich mir manchmal, was ich mir manchmal reinkippe. Ähm. Ist halt immer das Problem, wenn das Wasser einmal auf den Boden kommt, ist es komplett salzig. Und das darf halt nicht passieren im Spiel. So, äh, 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 jetzt Eimer nochmal kurz den ganzen Barrel hier nochmal voll machen. Jut, 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 jut. So, sehr herrlich. Irgendwie dauert in diesem Spiel alles so ewig. Alles klar. Alles klar. Zack, 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 zack und zack und zack. Ha, ha, ha. So, und jetzt könnten wir rein theoretisch hier einen, äh, Manapool craften. Sehr schön. Okay, den haben wir jetzt fertig. Und jetzt gucke ich nochmal ins Questbuch. Ich glaube, den brauchen wir nämlich sogar für eine Quest. Und zwar, ne, die hier nicht. Sondern die hier, genau. Und für diesen Runic-Altar, da brauchen wir jetzt natürlich, äh, ne, diesen scheiß Stein, den ich mit diesem Manapool hier, äh, herstellen muss. Aber das geht jetzt natürlich leider nicht, da ich, äh, da mir die Materialien fehlen. Ich muss den ja irgendwie mit Mana befüllen. Und solange ich diese Blumen nicht craften kann, wo man, wo man Mana erstellt, äh, ja, wird das nicht passieren. So. Äh, da, 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 das ist klar. Das habe ich verstanden. Diese Blume hier sorgt dafür, dass ich, äh, Living Wood herstellen kann. Oder eben diesen, diesen Stone, ne. Und, ähm, genau. Mit diesen Tricks kann ich jetzt irgendwas machen. So, und zwar diesen Rent of the Forest. Gucke ich mal, was man damit machen kann. Ähm, genau, den haben wir jetzt hergestellt. Es gibt einen Bing-Mode und einen Function-Mode. Und in Bing-Mode kann man Shift und Rechtsklicken auf einen kompatiblen Block. Und, äh, kann man den dann auswählen. Und, äh, dann kann man diesen Block mit einem anderen Block verbinden. Und im Funktionsmodus kann man, äh, Funktionsmodus macht er das halt nicht, wenn man rechts klickt. Okay. Äh, Shift-Right-Clicking on Air, also in die Luft, ändert halt automatisch die Funktion. So. Äh, äh, okay, cool. Dann kann man dann, äh, Schätze oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas rumrotieren. Passt. Cool, ich kann mir auch diese Bookmarks setzen. Wie kann ich die Bookmarks denn löschen? Geht das auch? Müssen wir mal gucken. Okay. Gut. Und dann gibt es hier Terra Steel. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Das sieht auch sehr komplex aus. Müssen wir mal gucken. Gut. Mana Manipulation. An Introduction to Mana. Ja. Wir können einen Mana Pool bauen. Den haben wir jetzt gebaut. Da können wir, wie gesagt, Manas drin storen, also speichern. Und Mana kriegen wir da rein, indem wir einen Mana Spreader bauen. Und, genau. So. Mana Pool haben wir gebaut. Und da können wir dann, wie gesagt, den können wir mit Mana füllen. Und können da halt so Sachen rein. Bauen irgendwie. Also reinpacken. Und der wandelt das dann irgendwie um. Zum Beispiel hier. Das brauchen wir halt. Wir brauchen Diamanten. Voll Mana Pool. Und daraus kriegen wir dann einen Mana Diamond. Moment. So. Ähm. Ähm. Jetzt ist nur die Frage, wie wir Mana halt generieren. Ja. Mana Spreader. Schön. Äh. Den können wir auch bauen. Mit Living Wood und dem Zeug hier. Bringt mir alles aber nicht viel, solange ich keinen, äh. Solange ich keinen Mana, ja. Erstelle. Erstelle. So. Und das sind die Sparks. Das ist, glaube ich, um Mana dann zu speichern irgendwie. So. Generating Flora. Gut. Dann gucken wir doch mal. Vielleicht steht das da drin, wie das funktioniert. Ähm. Ähm. Okay. Ähm. 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 Wie stelle ich die her? Das will ich wissen. Okay. Ja, schön. Daybloom. Ja, die habe ich. Okay. Die Daybloom ist die Most Basic Generating Flora. Das wissen wir. Also das ist halt die Basisblume. Ähm. Okay, ja. Aber ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich die herstelle. Hm. Keine Ahnung. Okay. Ja, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Gerade, weil ich nicht verstehe, warum ich hier diese Daybloom nicht herstellen kann. Ich habe hier, wie gesagt, alles schön hier so hergestellt, ne. Ich kann hier irgendwelche Sachen reinschmeißen. Also Seeds und so funktionieren nicht. Ähm. Ich weiß es nicht. Muss jetzt mal gucken. Ähm. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Ähm. Bing Mode? Bind Mode? Function Mode? Ne. Irgendwie komme ich, ich komme nicht an diese Pflanze hier ran. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Ich werde jetzt mal im Wiki nachschauen, wie ich die herstelle, diese Blume. Diese Daybloom. Und, äh, genau. Werde dann beim nächsten Mal mit euch diese Daybloom, beziehungsweise diese Mana Generating Flowers eben produzieren. Wie wir das hier für die Quest eben auch tun müssen. Ich zeige es nochmal kurz. Hier. Die ganzen brauchen wir alle. Und, ähm, ja. Würde sagen, bis dahin, haut rein. Euer Memphysis. Ciao. Euer Memphysis. Ich zeige es.